So, hallo, ich habe, äh, Wommel, äh, Wieser, Skerlet in der Haus und Willi Gormel zurück zu Let's Play Starvox. Ja, Public, ähm, ja, Let's Play Starvox. Ungegnüglich. Wir sind im Let's Play Starvox gebiebelt, ähm, weil ich halt ja nicht so viel, also nicht so Zeit hatte, weil ich ja ständig eben, äh, so, dann waren wir mal. Loslegen und, äh, ja, etwas Spaß haben. Danke, Renni. Gut geschossen. So. So, dann gehe ich, gehe mal weiter und versuchen, versuchen unsere Hauptquests zu erledigen. Da unten ist unsere Nebenquests, tatsächlich. Oh Gott. Da kommt ein Röps. Wieso? Weil ich gerade Bock drauf hatte. So, dann gehe ich, und dann gehe ich, und dann gehe ich auf die Röpsche, und dann gehe ich auf die Röpsche. Ich muss jetzt mal gucken, ob noch alles, was hier gerade ist. Ich bin der wandelte Tod, ich bleibe euch in Stücke und werde ich euch zurückholen, wo ihr gekommen seid. Oh, das fehlt nicht. Oh. 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 So, dann machen wir mal. Das kommt davon. Hallo. Diese Kreaturen sind dem Imperium ergeben? Sie sind unserer Allianz ergeben. Godoba der Utte, Besitzer vom Club Vertica Casino und von fünf Stadtsektoren. Euer Schiff ist in seinem Raumhafen angedockt. Warko Tiai, Chomash der Nar Shadda Arbeitsallianz. Es gibt keine besseren Sklavenhändler in der Galaxis. Es ist mir eine Freude. Und hier noch DXTX, Primärschnittstelle des DX-Vernichternetzwerks. Ihre zerstörerische Kraft ist bemerkenswert. Verhandlungen zulässig. Sie vertreten wichtige Mächte auf Nar Shadda. Ja, Ukabi und die X-Change hätten sich ihnen anschließen können. Doch dank eures Angriffs müssen wir uns um die X-Change keine Sorgen mehr machen. Der Corellianische Sektor steht in Flammen. Die X-Change wird sich nicht mehr erholen. Bei allem Respekt vor euch und euren Talenten. Aber das ist nicht der Fall. Die Frau hat euch belogen. Was? Sie ist gescheitert, wo viele Emporkömmlinge vorher schon gescheitert sind. Und jetzt zahlen wir alle den Preis. Warum ist Ukabi eine so große Bedrohung? Ich bin sicher, sie übertreiben sie. Er stellt eine Armee von durch Stimulantien verbesserten Kämpfern und kybernetisch verbundenen Mandentätern auf. Die Produktion von Detonierungsthoriden wurde erhöht. Ah gut, wenn Ukabi seine Lektion nicht lernen will, kann das Imperium sich um seinen Gnadenstoß kümmern. Mal wieder an mich. Ukabi soll den Kampf bekommen, den er will. Meine Quellen berichten, dass Todesspatt ohne X-Change auf dem Weg sind. So wie er seine Einrichtungen zerstört hat, wird er unseren zerstören. Die Bauernladen, Fabriken, Sklavengefängnisse, Kuhn oder Oster, Obrard und Obrard und Obrard und Obrard und Obrard. Ukabi zieht Energie für seine chemischen Verbesserungseinrichtungen ab. Er rüstet Soldaten für den Kampf auf. Er muss aufgehalten werden. Ich bin keine Strategin. Was schlagt ihr vor? Soll die X-Change ruhig Zivilisten angreifen. Sie treffen mitten ins Herz. Was sind das für Verbesserungseinrichtungen? Das war auch neu. Das hatte ich noch nie. Ich werde zurückkehren. Mit dem Kopf von Nocabi. Scheiße, ich bin schon wieder voll. Ich werde euch fehlen. Äh, nö. Wahaha. Das war falsch. Das war falsch. Fals ein Knorp. Da und da. Und ich habe mich wieder vertan. Arsch. Nö. Ich sage es dir. Wir laden gerade mit dem Nerium. Könntest du bitte die Klappe halten? Das glaubte er doch keiner. Sieh dir ihre Stiefel an. Von denen könnte man essen. Du bist verrückt. Ach ja? Geh rein und sag ihm, dass du findest, der Imperator ist ein Schmachkopf. Mach schon. Mal sehen, was passiert. Äh. Ich liebe das Gespräch. Lade, kenn ich das schon. Kenn ich das schon? Nein, sorry. Ich liebe das Gespräch. Ich liebe das. Er Todespatron. Du verdienst die hier. Stimmt, da war ja was. Du wirst nicht sterben. Dafür sorg' ich. So. Und meine. Und Todespatronen. Tote Patronen aufhalten, egal was Kost mögen. Spattrumpf. 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 So, wenn ich mal stoppen bin, privat wäre, wie lange ich zu Fuß habe und wie lange ich zurück habe. Ihr habt einen unverzeihlichen Fehler gemacht. Ihr habt diesen Konflikt gestartet. Alle unsere Geschäfte rein. Jetzt stirbt ihr alle. Was ist denn? Okabi, ich freue mich schon lange darauf, euch zu treffen. Die Angreiferin. Ihr habt meine Truppen geschwächt. Doch meine Todesfadronen warten durch Blut, während wir hier reden. Ich habe schon Leute, wie euch getötet sind. Und ich werde es wieder tun. Ah, habe ich eine Angst vor euch. Es sieht nicht gut aus. Ich weiß, aber ich habe an einer Strategie gearbeitet. Keine Spielchen mehr. Diese Sache muss beendet werden. Egal wie. Unsere Waffen haben ein paar der Verbrecher gefangen genommen. Die Basis der Exchange befindet sich in den Tunneln unterhalb dieses Sektors. Vielleicht sollten wir direkt angreifen. Alle vernichten, die Anführer und Okabi. Das DX-Vernichter-Netzwerk stimmt ihnen zu. Vielleicht. Ich denke, ich spreche im Namen des ganzen Schatten-Syndikats, wenn ich mir erlauge, die Frage zu stellen. Ist das überhaupt möglich? Yes, of course. Ich bin nicht leicht zu besiegen. Ihr müsst Okabis inneren Kreis ausschalten. Sie wurden alle kybernetisch verbessert. Handgemachte Meister, Darke. So stark wie ein Dutzend mandalorianischer Kriege. Wenn sie tot sind, geht in Okabis Gemächer. Tut, was ihr tun müsst. Tot und Verderben verbreiten. Okay, kriege ich hin. Ich hasse mich nicht, dass ich voll bin. Fett. Bis später. Das war schlecht. Das war schlecht. Das war anders. Verspannung. Das war schlecht. So. Die Sternhunde, eine Gruppe von Kriegsveteranen, die der Republik nahesteht, bereiten einen Anschlag auf euch vor. Sternhunde? Nie gehört. Es sind korillanische Sympathisanten der Republik. Sie hassen unser Imperium und schmuggeln Waffen zu unseren Feinden. Als Republikaner haben sie eine gewisse Abneigung gegen direkte Antate. Doch sie sind alarmiert und haben die Exchange of Nasha da beauftragt, euch mitzubringen. Das haben schon viele versucht und sie werden nicht die Letzten sein. Ich dachte mir schon, dass ihr diese Einstellung habt. Wenn ihr schon dort seid, könntet ihr dann bitte das Dossier der Exchange über ihre Auftragsmörder mitnehmen. Geht das? Ich mag es, Attentate auf Attentäter zu verüben. Sie sind immer so überrascht. Dann genießen es. Dann gucken sie, dass er sich umfenden Beatschen nachher beauftragt. Soll die�äusche. Ich wurde dir fest, was er gariert. Ah, meineine, ich bin schließlich. Ich bin einfach nehm. Jetzt bin ich eben. Ich bin in der Zeit. Oh, ich bin ungegeizend. Jetzt bin ich überrascht. Ich bin in der Zeit, woanders auf wir hier. Ich bin Geld, was ich bin. na warte, wie nödi so, Oeli und mit diesem Morgen sage ich Wir sehen uns in dem nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.